Aber dafür ist es wichtig, dass wir Männer, ja, achtenswert sind. Achtenswert sind, genau. Das ist etwas, was manchmal nicht so einfach ist. Dafür müssen wir hart arbeiten. Wir müssen hart an uns selbst arbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Willkommen zu einer weiteren Folge Frag die Bibel. Johann ist auch wieder bereit, gerne wieder von seinen Erfahrungen, von seiner Kenntnis der Schrift auch mitzuteilen. Wir haben heute die Frage, die sicherlich viele sich stellen, ob Single oder auch verheiratet. Und das ist die Frage, was ist das Wichtigste in der Ehe? Ja, wie lange seid ihr schon verheiratet? Im September waren es 40 Jahre und wir sind Gott sehr dankbar für dieses große Geschenk, das Gott uns elf und mehr geschenkt hat. Nicht jeder darf sich so glücklich preisen, dass er dieses Geschenk von Gott bekommt. Und es ist noch nicht das einzige Glück, was Gott gibt. Und jedem schenkt Gott das Seinem. Aber wir dürfen das Geschenk der Ehe leben. Und ich glaube, etwas Wertvolles dazu ist, dass wir uns selber erst mal vorbereiten auf die Ehe, dass wir jeder Einzelne an uns selber arbeiten, dass ich ein Partner werden kann für mich, für eine Frau damals und meine Frau Hilfe für mich, dass wir bei uns einstellen von unseren egoistischen Zielen einfach. Ich möchte jemand anderes dienen, ich möchte jemanden lieben und meine Liebe schenken. Und ich durfte einige Jahre dafür beten, dass Gott mir eine Ehefrau zur Seite stellt, mit der ich ja nicht nur glücklich sein darf, sondern auch Gott dienen kann, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon gläubig, ging mit dem Herrn und das war mein großes Anliegen. Und Gott schenkte diese Gnade, dass ich Hilfe kennenlernen durfte und wir durften heiraten. Für uns war es wichtig, dass wir, und das ist eine sehr wichtige Grundlage der Kommunikation selbst, dass wir darüber austauschen und aneinander kennenlernen, wer wir sind. Einheit auch zu erreichen. Diese Einheit, zu dieser Einheit kommen können. Und ich habe das Wort Liebe ja schon erwähnt, das ist das große Zauberwort. Ja, und das wird es auch bleiben. Und das Schöne ist, ist, dass Liebe ja etwas ist, was wir leben dürfen, aber das Muster der Liebe ist ja Gott selbst, Jesus Christus selbst. Und für uns als Gläubige ist es wichtig, dass wir am Muster, wie sehr Gott uns geliebt hat, dass wir das immer mehr kennenlernen. Und da, wo wir das lernen, für uns Männer bedeutet das ja, dass wir unsere Frauen lieben sollen. Und da heißt es in der Pfäser, 5, gerade Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Und das ist mehr als was ich selber denke zu lieben. Ich habe die auf. Mehr als ein Gefühl. Mehr als ein Gefühl. Das ist ein Tu-Wort, mache ich zu sagen. Das ist nicht nur ein Gefühl. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Ich möchte diese Frau lieben. Gott hat sie mir zur Seite gestellt und nicht irgendwie bedingungslos, weil Christus hat uns bedingungslos geliebt. In uns gab es nichts Liebenswertes. Aber wir haben sie ja auch ausgesucht und wir dürfen sie lieben. Und Liebe ist etwas, wo wir uns immer wieder neu beschenken lassen können, auch von Christus. Ich erinnere mich zurück, als wir vor gut 40 Jahren geheiratet haben. Wir kamen nach Hause. Es war ein wunderschöner Tag. Aber wir gingen auf die Knie und bedankten Gott für dieses Geschenk der Liebe. Und wir beteten zu Gott und sagten, Gott schenkt uns für jeden nächsten weiteren Tag diese Liebe. Ich wusste, sie kann hier und da vergehen. Ich habe genug davon gesehen. Aber dieses Gebet pflegen wir bis zum heutigen Tag. Nach Möglichkeit jeden Tag gemeinsam. Und es ist so schön zu hören voneinander, wofür meine Frau Gott dankt und sie darf hören, wofür ich Gott dankbar bin. Und natürlich ist es wichtig, einfach treu zu sein, zu wissen voneinander, wir leben vor Gott. Elfi weiß, dass ich vor Gott lebe. Dass Gott nicht nur meine Taten sieht, sondern er sieht auch meine Gedanken. Und das voneinander zu wissen, das schenkt so ein Vertrauen der Treue. Und dann natürlich auch, wenn es für uns das Schwierige ist, vielleicht manchmal zu lieben, für die Ehefrau ist es, den Mann zu achten. Aber dafür ist es wichtig, dass wir Männer achtenswert sind. Genau, das ist etwas, was manchmal nicht so einfach ist. Dafür müssen wir hart arbeiten. Wir müssen hart an uns selbst arbeiten. Trotz dieser glücklichen Ehe versuche ich bis heute daran zu arbeiten. Ich lese immer wieder Bücher zu diesem Thema, weil ich möchte ein besserer Ehemann werden, ein besserer Vater und zwischen Großvater. Ich möchte diese Liebe Christi zur Gemeinde reflektieren. Und da merke ich, ich bin von ihm abhängig und ich darf noch vieles lernen. Ich hoffe, dass der Herr mir dazu Gnade schenkt. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass Gott im Zentrum dieser Beziehung ist, auch Gott im Zentrum meines persönlichen Lebens, aber auch meiner Frau ist. Und das wird auch das dann sein, was die Ehe verbindet und auch stärkt und wo auch dann diese Liebe, die Gott zu uns hatte, die wir dann auch zum Nächsten weiterspiegeln können. Ganz genau. Vielen Dank, Johann. Gerne. Vielen Dank auch euch und auch Gottes Segen beim weiteren Wachstum und auch beim Nachdenken zum Thema Ehe und Familie. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin slash fragen. www.ecg.berlin www.ecg.berlin www.ecg.berlin